. Peter! Peter stinkt nicht. Kitzelin weiter, er ist sehr kitzelig. Nein, ich bin nicht kitzelig, das kannst du vergessen. Wo geht's gleich noch hin? Altstadt. Altstadt, Düsseldorf, längste Theke der Welt. Längste Theke der Welt. Jo, und dann eine schöne Milch trinken. Mal schauen, was der Abend so ergibt. Weißt du, als was ich gehe? Du gehst als Clown.